Was geht ab Leute, Zane ist wieder da und heute dreht sich alles um das Drunken Iron Ohr und seine Geheimnisse. Joy Boy Theories hatte dazu eine schöne Theorie, die ich noch ein bisschen erweitert habe. Link findet ihr in der Beschreibung. Auf Wano Kuni haben wir viele Fabriken die Waffen herstellen, Abo Otama sagte auch, dass dort etwas abgebaut wird, aber was? In der Welt von One Piece haben wir ein Material wovon wir noch nicht wissen woher es denn wirklich kommt und zwar das Drunken Iron Ohr. Die Revolutionäre beschlagnahmten einige Waffen aus Dressrosa und Koala sagte zu Dragon, dass diese Waffen Spuren von Drunken Iron Ohr enthalten und dass dieses Material nur an wenigen Orten abgebaut wird. Wenn wir dies nun verbinden könnte es darauf hinauslaufen, dass Kaido dieses Material in Wano Kuni abbaut und daraus seine Waffen herstellt. Doch was ist dann nun so interessantes daran? Naja, da dieses Material erwähnt wird, wird es wohl nicht einfach nur simples Eisenerz sein wie jedes andere. Es verfügt womöglich über spezielle Eigenschaften. Doch was könnten diese sein? Natürlich könnte man es simpel angehen und sagen, es ist einfach ein speziell hartes Material, aber das wäre nicht oder-like und irgendwie lame. Wenn wir uns den japanischen Originalnamen ansehen und diesen nicht in Kanji abbilden, sondern in Latein, dann kommt heraus Ki Tetsu Ko. Wir kennen einen Charakter in One Piece der so hieß und diese machte die verfluchten Ki Tetsu Schwerter. Möglicherweise hängen diese verfluchten Schwerter mit dem Drunken Iron Ohr zusammen. Sind diese Schwerter deshalb verflucht? Joy Boy Furies hatte dazu die Idee, dass im Drunken Iron Ohr die Seelen der Toten sind und wenn man daraus ein Schwert macht, ist dieses verflucht mit den Seelen der Toten. Und das Drunken Iron Ohr besitzt die Fähigkeit, diese Seelen in sich aufzunehmen. Des Weiteren könnte es die Eigenschaft besitzen, Schwerter mit Elementaren auszustatten. Schon lange fragen wir uns, wieso gibt es in One Piece Feuer- oder Donnerschwerter. Vielleicht sind Schwerter mit diesem Material dazu fähig. Leicht entflammbar und elektrisch leitend würde dies erklären. Und auch die Sache, wieso es zum Beispiel kein Wind- oder Wasserschwert gibt. Ich schätze auch, dass das Drunken Iron Ohr schwarz ist. Und je dunkler das Schwert, desto höher der Anteil an Drunken Iron Ohr. Deshalb ist zum Beispiel Zorus Juzui recht dunkel. In Wano wird es abgebaut und deshalb ist es so ein legendäres Schwert. Oder auch Mihawk Schwert, welches komplett schwarz ist, besteht vielleicht zu 100% aus diesem Material und deshalb ist das Schwert auch so stark. Auch Kaidu benutzt eine Waffe und zwar eine Keule. Diese ist im Manga bisher auch immer schwarz. Vielleicht ist diese auch aus dem selben Material wie Mihawk Schwert, wer weiß. Was haltet ihr von dieser Theorie? Schreibt eure Meinung in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, verprügelt den Abo-Button. Ich hoffe wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao! SHUT YOUR MOUTHS!